Herzlich willkommen zum inoffiziellen Best-of-Biel-Film. Diese Auswahl haben wir von der Stadt vertrauensvoll in die Hänge von unseren Bieler Kolleginnen und Kollegen geleitet. Ich wünsche euch viel Spaß für die Découverte de la ville de Mienne. Wir sind die größte ville Bielingue de Suisse, mit einer spannenden Kulturszene, die schweizweit bekannt ist. Wir haben das Kunsthaus Pascal, die Journées Fotografie de Bienne, unser eigenes Orchester und Theater. Sans oublier le Festival du Film français d'Elvessy. Gut, es gibt noch andere Kulturszene, die mindestens so bekannt sind. Zum Beispiel der Kessou, das letzte Ayoz App der Schweiz, das bekannt ist für seine Rock- und Hip-Hop-Konzerte. Viele Musikzene lässt sich in Clubs im Lesage oder an einem schönen Festival wie am Bodringland decken. Autosportarten gibt es hier ohne Ende. Im Jura beim Bike gehen oder klettern. Auf dem Bielersee kannst du rudern, kiten, seglen und es gibt das grösste Sub-Reise der Schweiz. Sport ist in Biel nicht nur wegen der Sportschule Mackling ein Top-Tem, sondern auch wegen unserem Nazia Eishockey-Club im modernsten Stadion der Schweiz. Was für mich wichtig ist in Biel, sind die sympathischen Lokale und gute Beizen. Ob klassisch im Perroquet-Bär, der Ecclüsse oder einfach in unserer schönen Altstadt, im Commerz oder im Saint-Gervais. Aber wir haben auch Spots mehr tendenziell, wie le POC, le Twenties, le Tiki-Bar, la Maison Farel oder le Bar Hazard, le plus petit bar de Suisse. Die wirklichen Perlen gibt es in der Bieler Altstadt, wie zum Beispiel der taufrisch Juni-Juice, die Episerie moderne Batavia und wunderbare Kaffeegenuss im Café. Und mit dem Fiore haben wir einen der schönsten Barbershops der Schweiz. Zumindest finden wir das. Biel bietet Wohnraum für jedes Portemonnaie. Welche große Stadt der Suisse kann man die Wohnraum auch fantastisch und abordable finden? Ihr und Votre Familie, denken Sie zu Bienen? Der hat Biel mit seiner fantastischen Umgebung erst recht, etwas zu bieten. Beignade an der Plage de Bienen, Place de Jeu Flambe en oeuvre sur l'Île de la Suisse. Oder beim Schlittlen, nur 10 Minuten mit der Magglingen-Bändli in Ura-Huven. Es gibt auch ein Kindertheater und eine Kinderbaustelle, die die kleinen Richtungen bauen können. Biel ist der größte Industrie-Industrie-Industrie-Industrie-Industrie. Bei uns gibt es rund 200 Präzisions-Industrie-Firmen, dont eine Centenne d'Horloger entreprises, sechs Fachhochschulen, des dizaines Start-ups, sowie den brandneuen Schweizer Innovationspark. Sie wissen, Sie wissen, Bienen hat vieles zu offerten, und vieles noch. Le plus simple, prenez Kontakt mit einem Freund oder eine Bieler und sie finden Sie bei Ihnen. übernehmen..." ... ... start-up ... ... ... ... ... Vielen Dank.